Ähm, hallo? Hi, Edi. Kurze Frage. Ist nicht wichtig. So wichtig. Kannst du kurz den Lautsprecher ausmachen? Melina. Ja, also, okay. Ob es zu früh ist, oder? Also ich könnte gehen, aber ich hab das Gefühl, du meintest ja, man soll immer drei Tage warten, aber ich glaub zwei reichen auch. Was? Ich weiß nicht, ob ich schon zum Sport gehen soll. Ich war Freitag, das letzte Monat, zwar Samstag, Sonntag Pause und heute... Sie soll mich nur anrufen, wenn es wichtige Sachen sind. Melina, du kennst die Regeln. Was sind die Regeln? Ja, kannst du mir jetzt erst mal antworten? Ich weiß nicht, ja? 2G heute. Hast du Muskelkater? Dann passt's. Wenn nicht, dann geh. Hör auf, Ausreden zu suchen. Was sind die Regeln? Ich habe keine Ausreden. Puh, ich bin müde. Na gut. Danke, tschüss. Hallo? Melina, wir müssen... Also, ich bin am Arbeiten. Ich ruf dich auch nicht während deinem Unterricht an wegen sowas. Ja, okay. Kann man ja auch voll vergleichen, die Situation. Okay. Ciao. Tschüss. Manfred. Sehr gut. Falls ihr irgendwann mal nochmal eine Katzenlady kennenlernt, ja? Dann würde ich sie vorher kennenlernen. Verstehst du, was ich meine? Ihr seid mittlerweile auch Kater, die in der Öffentlichkeit steht. 140.000 Follower, ja? Ihr seht hübsch aus. Ich weiß nicht, was die genau von euch wollen. Ob die euch wirklich lieben, ob die mit euch zusammen spielen wollen und so eine Spielerunde machen wollen oder ob die euch nur ausnutzen wollen. Diego. Das ist wichtig. Okay? Sag mir dann Bescheid.